Hallo Leutz! Flugwetteraussichten hohe Wand für die kommenden Tage. Montag 26. Juli bis Mittwoch 28. Juli 2021. Montag. Der Beginn hochsommerlich sonnig, freundlich und mit wenigen Wolken. Erst im Laufe des Nachmittages sollen die Wolken recht rasch mehr und auch dichter werden. Gewitter, die heftig werden könnten, sind wahrscheinlich auflebender kräftig werdender Wind aus südlichen, meist südwest-Richtungen. Dienstag. Kaum Wetteränderung, am Vormittag überwiegend sonnig und am Nachmittag bilden sich in feucht-schwülen Luft rasch große Wolken. Es soll wieder gewittrig werden. Mäßig starker böiger Wind, drehen von südost auf südwest. Mittwoch. Die Wolken dürften mehr werden. Aber am Vormittag sollte der freundliche Wettercharakter überwiegen. Am Nachmittag, eher gegen Abend, sind dann wieder Gewitter möglich. Der Wind bleibt mäßig stark und böig, dreht von südlichen Richtungen gegen Abend zu Sehens gegen westlicher Richtung. Der weitere Wettertrend. Den derzeitigen Prognosen nach ändert sich wenig. Ein Mix aus Sonnenschein und nachmittäglichen möglichen gewittrigen Regenschauern. Es bleibt auch weiterhin hochsommerlich heiß und schwül. Bezüglich zu erwartenden Wind gehen die Prognosen noch recht weit auseinander.